Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing der etwas anderen Art. Wir haben ein bisschen Post bekommen und haben mal gedacht, wie wäre es, wenn wir mal die Figuren, die wir jetzt noch bekommen haben, weil davon haben wir, wie auch bei Blu-Rays, ein bisschen viel. Und wir erweitern unser Repertoire immer weiter. Wie wäre es, wenn wir mal anfangen, ein bisschen die Figuren zu unboxen, dass man mal vielleicht sieht, wie passen sie zu den anderen Figuren derselben Reihe, wie sehen sie im Generellen aus. Und vor allem, was ist in der Box? Was ist in der Box? Genau. So, unsere Pilotfigur, mit der wir heute jetzt anfangen, ist Shizuo Hibajima aus der Serie Durarara. Es ist nicht die Reprint-Variante von der Firma. Es ist nicht die Reprint-Variante, die Anfang dieses Jahr, glaube ich, rauskam. Es ist die alte Variante. Aber dadurch, dass wir den passenden Isaya und die passende Selji aus der Reihe haben, auch nicht als Reprint, sondern als ursprüngliches, ist es nicht so schlimm, dass wir ihn jetzt in der normalen, ursprünglichen Variante haben. Hier einmal vom Rücken. Ich denke, was auch an dem interessanter ist, zu bemerken ist, das hier ist jetzt eine Gebrauchtware, allerdings Gebrauchtwaren aus Japan. Und viele Leute fragen sich natürlich, haben Japaner ähnliche Standards wie jetzt, wie Europäer? Aber nein, Japaner bewahren sogar den Karton auf. Also der Karton war, glaube ich, als B gewertet. Und wie man hier sieht, denke ich, dass das der einzige Grund ist, warum der Karton als B gewertet wurde, weil er hier ein paar kleine weiße Stellen hatte. Und das ist auch so ziemlich wahr. Grundsätzlich muss man sagen, Japaner gehen verdammt gut, Entschuldigung für den Fluch, aber sie gehen extremst gut mit ihren Sachen um. Dementsprechend, wir haben bis jetzt keinen... Meistens. Jedenfalls die, die ins Ausland verschickt sind. Ja. Also es gibt ja mehrere Seiten, die auch gebrauchte Sachen verkaufen. So. Dann hole ich ihn mal raus. Natürlich nochmal der kleine Warnhinweis. Und dann hoffen wir mal, dass wir ihn nicht mehr rausholen, ein wenig verärgern. Vielleicht wirft er den kompletten Tisch nach uns. Oh, da ist sogar noch Papier dabei. Genau. So. Erst einmal, wie bei fast jeder Figur, eine kleine Gebrauchsanweisung, was man alles machen kann. Der Shizuo zum Beispiel hat, wie man hier ja schon sieht, verschiedene Köpfe, verschiedene Arme, verschiedene Accessoires. Und die Rückseite ist blank. Nicht so wie bei den Good Smile Figuren, die hinten noch Englisch haben. Genau. So, jetzt nochmal. Hier sieht man ja auch schon, dass er mal geöffnet war, wenn man das auf dem Video nicht... der Tesafilm... der Tesafilm... das Klebeband wurde entfernt. So. Dann fangen wir mal an, ihn auf der Box zu holen. So, das erste, was mir schon entgegengefallen ist, ist sein Stand. Ich sage nicht Stand da. Dann klingt das halt eben wie eine Jojo-Referenz. Natürlich, was hier sehr schön ist, dass Durarara, wie es ja gern geschrieben wird, drrrrrr... In der zweiten Staffel ja beispielsweise, auch im Opening so abgekürzt. Genau. Passend auch zu der Selty und den Isaya, die werden wir auch noch gleich zeigen. Aber erst mal schauen wir uns das Shizu-Lein an. So, ihn rausgeholt. Hier die Variante trägt die Sonne. Also der Kopf, der in der Packung war, trägt die Sonnenbrille. Und stellen wir ihn gerade mal kurz, bevor wir etwas anderes machen, auf seinen Platz. Passt wie eine 1. Dann gibt es noch die hier. Die Zigaretten. Sehr schön, dass es hiervon schon eine Ersatzzigarette gibt im Endeffekt, weil wenn ich das richtig gesehen habe, ist die einfach hier dazwischen geklemmt. Und dementsprechend wird es nicht verwunderlich sein, wenn oft schon die Zigaretten verloren gegangen ist. Was man jetzt auch in der Zeit noch einmal kurz zeigen kann. Während ich die Zigaretten befreie. Hier haben wir noch den Ersatzkopf. Man sieht auch hier, der ist einfach zum Stecken gedacht. Und ist entsprechend ohne die Sonnenbrille trotzdem mit einem etwas grießcremigen Gesicht. Was ja grundsätzlich sein Gefühlszustand meistens ist. Die Frisur selbst ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Nichts was groß schneidet. Also beispielsweise was man bei Fakes öfter sieht. Und so ist das auch natürlich beim Original gehalten. So, ich habe jetzt gerade mal die eine Zigarette befreit. Also sie ist sehr klein. Der Jisoo generell ist in einem Achtelscale. Das hat man ja vorhin auch schon auf der Packung gesehen. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie mini diese Zigarette ist. Jetzt mal kurz mein Versuch, sie ihm in die Hand zu drücken. Oh Gott. Also das hier ist ein bisschen mit Fingerspitzengefühl. Aber ich denke, man sieht sie ziemlich gut. Wenn sie mal zwischen seinen Fingern Platz gefunden hat, lässt er sie auch so schnell eigentlich nicht mehr los. So, dann gibt es noch einen anderen Arm. Dazu hängt man ihm ganz einfach die Schulter aus. Und steckt den anderen Arm entsprechend ein. Allerdings, wer die Serie kennt, weiß, dass Shizoo so ein wenig seine Freude... Ich spreche gerade mal was mit... Uh, den anderen Kopf dran. Nur, dass man es mal kurz sieht. Wer Shizoo kennt, weiß, dass er auch gerne mal ein paar aggressive Tendenzen hat. Gerade wenn es um einen bestimmten Herrn Orihara geht. Dementsprechend schmeißt er auch gerne mal Wending-Machines, Straßenschilder und alles andere durch die Gegend. Weshalb das bei der Figur natürlich auch nicht fehlen dürfte. Ich muss gerade wieder nochmal... Dementsprechend brauchen wir wieder diesen Arm. Ich stelle ihn wieder drauf. Das war eben zum Kopftauschen ein bisschen viel für den, die Halterin. Und, wie man ja hier schon sieht, ist natürlich ein Straßenschild dabei. Das ich jetzt mal versuche, ihm in die Hand zu drücken. Ich glaube, dazu mache ich den Armkreuz auch mal wieder besser ab. Ich würde mal sagen, das gehört sich so. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. So. Durchfahrt verboten. Jetzt haben wir mal die drei Figuren von Oltar zusammengestellt. Passend der Isaiya, wie gesagt, zu... Der Shizu, passend zu Isaiya und Serty. Wie man hier ja auch schön sieht. Sein Stand. Mal davon abzusehen, dass sie durchsichtig sind. Was halt schon ziemlich cool ist. Der rote von Isaiya und der etwas größere von Serty, dadurch, dass ihre Sense ja auch Platz drauf haben muss. Alle im gleichen Maßstab. Alle, würde ich sagen, mit ähnlich guter Qualität verarbeitet. Und dann würde ich beinahe sagen, schauen wir uns doch nochmal den Shizu in ganz nah an. So, jetzt mal, wie eben auch schon gesagt, in einem etwas anderen Blickwinkel. Und es sieht auch hier schön, dass hier hinten die Nieten, die Schweißnähte, von dem Straßenschild auch zu sehen sind. Und dass hier oben auch keine glatte Bruchstelle in dem Sinne zu sehen ist, sondern dass das eher wirklich von ihm abgerissen wurde. Also, ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr schön. Passt natürlich auch sehr gut zur Reihe. Und dadurch, dass Durara grundsätzlich relativ wenig Figuren hat, zumindest mal wenige, die entweder einem halbwegs bezahlbaren Rahmen sind oder jetzt nicht unbedingt sehr auf Fanservice bedacht sind. Gerade so einige von Selty, bei der der Ausschnitt tiefer sitzt als normalerweise. Sind sie auf jeden Fall sehr, sehr schön und auch sehr, sehr gelungen. Ja, auf jeden Fall lasst uns gerne wissen, was haltet ihr von der Figur und interessiert es euch vor allem, dass wir neben Blu-Rays hier noch weiteres Merchandise mal aufmachen. Bis dahin. Habt noch einen traumhaften Tag. Und haut rein. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.